Ich habe mich gerade die Weicheier, die uns versprochen waren. Ja. Was? Was? Du hast recht. Wer ist da? Denk ich. Hm? Lass mich nochmal nachrechnen. Wer? Hey. Hast du es gehört? Ich reiß dich in. Der hat mich lang gemacht. Meine Arm los ist ziemlich schlimm. Was? Ich habe das schon wunderbar gemacht. Die war ja hart unterwegs. Lieber Stolle. Die Zeit drängt. Töte sie schnell. Wer zur Hölle sind sie? Du lebst noch. Meine Fresse. Kann ich auch mal rein? Meine Güte. Jetzt ist das nicht. Okay. Wer wollte jetzt nicht gut gehen? Sind verdammt viele Raider. Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Das war's für heute. Hoi! Waffe entsichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Was tut ihm jetzt auf einmal her? Du bist nichts. Nichts. Warum müssen Sie sich immer wehren? Ah ja, okay. Hey Jack. Wir bleiben da drin lieber zusammen. Ja, wenn du schon gehst, dann geh auch. Du schaust. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen Farbe, ein paar Teppiche und alle Streifen neu. Das ist wahr. Das wäre schon... ...ne gute Sache hier. Ergib dich, dann mach ich's schnell. Wieder halt das ein Zimmer. Da sind mehr Knopfen hier. Das ist er ja nicht. Doch, das ist sie doch. Oh, supi. Cool. Sieht aus, als hättest du das schon ein paar Mal gemacht. Da war ein Zeichen. Hartnäckig, das muss ich dir lassen. Dafür haben wir keine Zeit. Hm, okay, der ist da runtergefallen. Wir sind wirklich ganz schön viele von Ihnen gekommen. Und? Schon müde? Keine Ahnung, wo die hin sind. Hm. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Okay. Wieso kann man das denn jetzt nicht öffnen? Das ist... Wieso stürmt er denn immer nach vorne? Man muss doch alles chillig erstmal machen. Was? Ja. Leider kann man hier nicht durch. Tja, jetzt schießt er sich selber durch. Das wird nicht lang dauern. Ach, guck mal. Noch mehr von denen? Noch mehr von denen? Der Zeug ist den ganzen Auswand auf links her! Vorsicht! Verspar mir die Mühe und gib einfach auf! Aufgepasst! Oh, Mann. Was ist denn jetzt? Wieso kann ich denn jetzt nichts lagern? Ah, Mann, äh. Ich dachte, das ist voll. Das kann ja nicht sein. Bereit! Da muss, dass man da... da bleiben bleibt. Da muss, dass man da... da bleiben bleibt. Krass... Was ist das? Das nennt man Angst! Um Himmels Willen, wie viele Bastarde sind das denn noch? Wie viele Bastarde sind das denn noch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich tue mich nicht! Ach gut, komm mal. Geh doch mal aufm Weg, Mann. Geh doch mal aufm Weg. Geht die gleiche Barley noch aufm Weg. Ach, ich muss wahrscheinlich Proben gehen oder so. Ja, ich find die ganze Bewegung. Ach Mensch. Ach, die Lücke. Das erstmal? Das erstmal wird reichen. Dass ich hier durch bin. Was ist das denn? Tür schließen. Noch mehr? Okay, wir sind dann durch. Hm, schwarzer Eile, ganzer Hut. Gut, der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Doppelchips. Oh, und safe. Geschafft. Na los. Na los. Damit kommen wir in den Keller. 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 Töte jeden, den du siehst. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Wer? Oh, scheiße, nein. Was der Hacker. In die Beine schießen. Ist ja ganz klar. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn in der Wand? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und zu lösen. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Vater, ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Luzifers Eingeweigen. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Aufgepasst. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Mann, das ist scheiße, was ich eigentlich fahren kann. Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Ihr habt's fast geschafft. Anscheinend versteigt selbst die Eindämmungs- Einheimische. Die Eindämmungs- Ah, der ist schwer, das ist schwer. Ich gebe frei sein. Na gut, na gut, na gut. Lasst uns mal erst mal Kampf hinternehmen. Nein. Den Forts essen. Äh, ja. Ah, kucke mal. Ich bin schon überlastet. Es ist noch nicht zu spät. Es wird dauern, bis seine Kräfte zurückgekehrt sind. Noch können wir ihn aufhalten. Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Stell die vier Abramelin-Generatoren auf manuelle Steuerung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Wenn du die Generatoren nicht schnell umschaltest, befreit er sich selbst. Dann gehen wir alle drauf. Ähm, ich möchte doch schon wissen, was passiert, wenn ich, äh, ihn befreie. Ähm, ich möchte doch sagen, was passiert, wenn ich, äh, ihn befreie. Dann zurück. Äh, endlich. Du hast das Richtige getan. Du wirst schon sehen. Vater, du's nicht! Zu spät, Jack. Warum wartest du nicht dort? Damit wir unser lang überfälliges Gespräch führen können. Verschwinde, solange es noch geht. Anscheinend will Jack nicht mit seinem Vater sprechen. Wir müssen ihn töten. Und der Rest auch. Wie lange warst du hier eingesperrt? Mein liebevoller Sohn hält mich seit 1882 hier eingesperrt. Seit fast 400 Jahren. Ich denke, du wolltest mir helfen, Jack und den Rest der verräterischen Familie umzubringen. Oder nicht? Wenn ich dir helfe, Jack und den Rest der Familie zu töten, was würde für mich rausspringen? Was Jack mir gestohlen hat, werde ich dir schenken. Unsterblichkeit. Aber zuerst muss ich noch was erledigen. Mit deiner Hilfe hoffe ich. Wir treffen uns beim Haus der Cabotts. Dort wird sich diese Ratten verkriechen. Das ist ja langweilig. Ganz ehrlich. Aber da mache ich lieber die Dinger an. Vielleicht explodierte vielleicht wird er ja Amok laufen. Das wird doch auch mal was Gutes. Dann kann ich ihn erschießen. So erschießt sich die Familien. Die sind ja jetzt aber kein Hindernis. Du das Richtige. Lass mich hier raus. Ich hab' gesagt, die sind ja kein Hindernis. Alles, was dir mein Sohn über mich erzählt hat, sind eigene zu gelügen. Das ist doch offensichtlich. Das war's. Keine Sorge. Die Zeta-Strahlung tut dir nichts. Tut mir leid, Vater. Ich habe alles getan, um das dir zu verhindern. Zeta-Strahlung. Ich glaube, fast einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn's nach euch gegangen wäre. Mit Trigger. Wurm. Denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Ah, wenn sie unendlich leben wollen. Wir hatten keine andere Wahl, oder? Was hätte er getan, wenn er freigekommen wäre? Oh, er hätte uns beide getötet. Und dann den Rest meiner Familie. Und das wäre erst der Anfang gewesen. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet. Und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein. Ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Was jetzt? Ich muss meinen Vater begraben und hier alles schließen. Ich komme nie wieder zurück. Bevor du gehst. Ohne deine Hilfe hätte ich's nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Du brauchst mich nicht mehr? Nein. Ohne Parsons brauche ich wohl nicht mehr so viele Mitarbeiter. Die Rettung deiner Familie muss dir doch mehr wert sein als das. Weißt du, ich war so nah dran, das Artefakt zu verstehen. Da ich es jetzt direkt erforschen kann, kann ich vielleicht was Nützliches damit machen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Ja. 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 Hat die was Brauchbares da? Anzug Ein bisschen bei Waffen Besser Wow Aber nur wird sehen Ah, guck mal, hier Cool Hm Das ist hier noch zu viel. Ja, dann lasst uns hier verschwinden. Boah ey, jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, gibt's hier keinen kurzeren Weg. Wahrscheinlich geht der Fahrstuhl jetzt. Oder Aufzug-Fahrstuhl. Ja, hier sind wir, er ist weg. Jetzt können wir hier tatsächlich raus. Wow, fast schon 40, erfassbar. Ja, noch zwei, ein bisschen Level. Dann sind wir, vier Tüsch. Jetzt müssen wir die ersten Klamotten hier losführen. Fernseher geht gleich aus. Blubblubblubblubblub. So, um eine Meisterleistung so ein Rüsting zu bauen. Von den Raidern. Jetzt muss man den schon lassen. Hey. Komm, du hast Sparkasse. Mach's. Die 3D steht zu Diensten. Ah ja, dieser Blitzer. Die sind ja nicht natürlich. hollo. Getrunken. Wo's ist der Krüger? Oh, das ist hier. Ich sag da. vir, und bitte. Ich sag den Punkt. Oh, das ist ja nicht drin. Ich sage das andere. Ich sag da. Ich sag den Punkt. Vielen Dank. Das ist natürlich eine interessante Schicht da, das nicht. Das ja. Das auch. Finde ich gut, ne? Ja. Hätte ich fest einmal nicht gesehen. Ja. 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 Kleber? Kleber? Das fehlt tatsächlich Kleber? Ja. Oh Mann. Äh, das ist das. Nein. Was sind die? Na, Kampf zurück. Ja, das ist blöd. Ja. 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 Nein. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Hey, jetzt wo du wieder in Sanctuary bist, wie würde dir ein Job gefallen? Ein Job? Für mich? Wirklich? Ja, ich glaube deine Erfahrung im Verkauf könnte sehr von Vorteil sein. Ja, also das, das ist toll. Ich werde dich nicht enttäuschen. Gut. Denn sonst würde ich dir in den Kopf abbeißen. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Kriegst du von mir noch Risi? War klar. Dafür aber die Liederkombi. Kannst du wahrscheinlich anziehen? Es ist ein Einzel的 Mote. So. 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 Jetzt bist du kein Landarbeiter mehr. 308er... Hey! Ja, was gibt's? Ja, gar nichts. Hm. Oh, die stehen ja da. Das ist gut. Nicht tauschen. Ah, immer noch nicht. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Wieso funktioniert das immer ab und zu nicht? Spieler. Ich versteh das nicht. Ich versteh das echt nicht. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Na klar doch. Ich versteh das echt nicht. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Wieso tauschen? Ich will immer noch nichts tauschen. Du sollst mir was verkaufen. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Wir sollen diese funktionierten das nicht. Lass uns handeln. Klar. Hat man dann irgendeine Kombination hier? Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Na also... Das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Kann wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Ich krieg das... Also ganz ehrlich. Wie soll das gehen? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Ach so. Ach man ey, das ist so kacke. Jetzt haben sie sich verpisst. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Ich kann hier mal was verkaufen ey. Hey. Was geht? So ein Schwachsinn ey. Ich kann auch einen Scheiß-Trick tragen, ne? Ach jetzt kann ich mich jetzt bewegen. Was könnte man daraus machen? Boah, was stehen die denn da alle? Du siehst gefährlich aus. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Lass uns handeln. Na klar doch. Du brauchst du anscheinend nicht. Es ist schön unter... Ich will nur ein bisschen handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Funktioniert gar nichts. Also ganz ehrlich ey. Das ist echt schon nervig. Das ist echt nervig. Ja? Ich bin läufiger. Aber wir kommen durch. Also... Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ich bin im Kopf noch... Da ist der Laser. Jetzt habe ich es nicht angemacht. Und jetzt hat das nicht ausgerüstet. Mal diese Unterhaltung durch. Was? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Klar. Ich habe ja hier nichts mehr. Also es ist ja so los. Ein einfaches Leben ist das nicht. Mein Rücken tut weh. Füße tun weh. Alles tut weh. Sie haben mir nicht viel gesagt. Waltech. Es sollten nur alle ihre Formulare... Falsch. Doch, Kronkorbner haben wir. Ich sollte ein Cent mit Steak. Ich brauch's da was nützliches. Auf doch. Das ist ja so. Ich mach wie das irgendwie auch. Moment. Ähm... Waffen sind ja alle so schuld für weg, Kleidung muss auch noch ein bisschen weggerauen werden, Hilfsmittel grauen, Mod Zeigenschein auch noch. Das wird Zeug. Das wird Zeug. Das wird Zeug. Oh, das ist das 11. Gucken den Buff, Mens Abhängigkeit, na ok. Wieso handelst du die ganze Zeit? Bezähl nicht. Also, was ist denn hier los? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar. Also, ich will nicht tauschen. Ich will Shop. Ich kann den Shop sonst nicht anders anbringen. Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Ok. Also, wieso funktioniert denn das jetzt gar nicht? Ich kapiere das nicht. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Was ist das für ne Scheiße? Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar doch. Wenn er schon tauschen sagt, dann ist das wieder nix. Was muss ich denn tun, damit da hier mit mir... Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Achso. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Wie... Wie wechsel... Wie soll man das denn sonst wechseln? Muss arbeiten. Keine Zeit zum Reden. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Klar. Hm... Ich will ja untersucht werden... Junge... Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar doch. Ich versteh's nicht. Also, ich bin echt... Ich versteh's nicht. Was ist denn los? Keine Ahnung, wie viele Blasen ich hab. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Na klar. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Auch nicht. Lass uns handeln. Klar. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Also es... Es funktioniert nicht. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Wie weit weg muss ich denn sagen? Ich brauche ein paar Vorräte Doktor. Okay. Ähm... Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Alter... Also darf ich... Schau mal, was mit mir nicht stimmt Doktor. Darf ich nicht so mal anfangen oder was? Gib mir mal deine Symptome. Ich hab da so... Ja, das... Oh Mann ey, was für ne Scheiße. Das hätten sie auch anders lösen können. Fertig. Und? Ich fühle mich krank. Ich glaube das... Gut. Das hätte man auch anders echt machen können. Mit einem anderen Knopf. Fertig. Fertig. Und? Nein. Wir sind fertig. Was in Zukunft besser... Meine Güte ey. Es ist so, als wenn ich jetzt... Ich darf nicht zu nah ran. Ich darf nicht zu nah ran. Entschuldigung. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Das ist so bescheuert. Schau mal was du hast. Großartig. Das ist bescheuert. So. So. Das kannst du auch haben. 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 Meine Güte ey. Pfff. Unfassbar. Na ja, wir müssen nochmal zu dem Dude. ganz gut. Und anziehen und dann... Schotpatronen... Oh man, so wenig. Ich darf gar nicht mehr mit Schotplinter schießen. So wie es aussieht. muss ich halt durch ohne schrumpflinte schrumpflinte ist ja mein bester freund es gibt nichts schöneres kleidung gut seit von müll begrüßt zu werden der nach pisse steckt muss ich halt jetzt wissen wir es Good neighbor Not done Ja, ein bisschen red eggs In der Lagerzeit hätten sie auch Videos zeigen können, oder? Die Silverschorn kehrt zurück und wird unsere Stadt vom Bösen befreit Ihr habt alle davon gehört, dass Wayne Delancey die arme Miss Selmy samt ihrem Kind ermordet hat Wegen ein paar lausiger Kronkofen Hä? Der Tod ist hinter der Hairway Galaxy News Radio Galaxy News Radio Also doch hier Wenn das Böse die Straßenbostensheim sucht, lauert ein Mann in den Schatten Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen Ach, das ist doch scheiße Unser Wächter ist Silver Shroud Heute im Gemach der Mysterien Also es war doch im Die News Radio Ja, also raus ist es ja nicht Moment, wir machen das wie ein Agent Was ist das denn für ein abgefahrener Aufzug? Sieht teuer aus Vielleicht habe ich ja einen neuen Freund Ha, nein, mein Herz bleibt Du sollst angeblich mir Selmy ermordet haben Stimmt das? Selmy? Ja, die Schlampe habe ich kalt gemacht Und ihr blag auch War aber für'n Arsch, hatten nur zwei Kronkorken dabei Hoho Deine Verbrechen sind zu lange ungestraft geblieben Was zur Hölle ist mit dir los? Naja, nichts was ein paar Kugeln nicht beheben könnten Du willst dich mit mir anbringen? Dann bist du Tumpf Offenbar hat viele Schmuck, dass der Scoring-Nord ist zeitlich und Du kannst dich verlassen Und du kannst dich tiefklang nehmen Welch ein grölicher Der Gräser Der Gräser Nachhaltenskrank Aufmerksam Das wir uns jetzt den Zaren von Bossens Besten zugezogen haben Den Gräser Der Gräser Fäng es an mir Spaß zu machen Vielleicht unerwartet für uns aber vielleicht nicht für Fett-Sack-Fey-Hee Langsam das war nicht mal die sachen mit moment kurz mal gucken wir brauchen das zeug ja nicht mehr wie geil ist das denn bitteschön hallo hallo wir sind auf sendung haben wir die jetzt was ist jetzt ist der kerl etwa recht Haha, davon solltest du ausgehen. Also Jerry, leg los. Erzähl unseren Zuhörern, worüber wir gesprochen haben. Ja. Hey Jay, kennst du den Cam-Dealer bei Bobbies? Er verdient sich eine goldene Nase. Er sagt, er hätte einen neuen Markt entdeckt. Kinder. Selbst mit seinen miesen Cam-S sahnt er noch kräftig ab. Hört ihr das? Ein weiterer Schurke, um den sich Silver Shroud kümmern muss. Äh, warum? Mischt dieser Shroud denn jetzt auch im Cam-Geschäft mit? Nein, er unternimmt etwas dagegen. A.J. verkauft an Kinder. Und seine Cam-S haben Leute umgebracht. Und? Ich schnall's noch nicht. A.J. darf auf keinen Fall Kinder töten. Was auch immer. Galaxy News Radio. Wo ist er? Wenn das Böse die Straßenbostensheim sucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute fett sich um A.J. Wo ist er? Wolle mal. A.J. suchen. Okay. Da lang. Ist irgendwo da hinten. Wenn das Böse die Straßenbostensheim sucht, lauert ein Mann in den Schatten. Halte die Hände dort, wo ich sie sehen kann. Hey, sieh einer diesen Clown an. Das hier ist mein Revierclown. Ich hab keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. Hm. Bist du A.J.? Der Dealer, der an Kinder verkauft? Ja, das bin ich. Ich bin ein, äh, Unternehmer. Ich verschließe einen neuen Markt. Camps für Kinder. Jet mit Kirschgeschmack. Kaugummi-Manteds. Die Kids in Diamonds City fahren darauf ab. Nach Bestichung-Frage. Jemand will, dass ich dich aus dem Verkehr ziehe. Für den richtigen Preis könnte ich wechseln. Was? Oh, um Himmels Willen. Hat Kenti Hitler geschickt. Der jammert doch ständig über die armen Kleinen. Weiß zum Teufel. Also, folgender Vorschlag. Ich zahl dir 50 Kronkorken, damit du dich sagst. Und mir vielleicht Kent vom Leib lässt. Okay? Hör auf, dein Zeug an Kinder zu verkaufen. Sonst spürst du meinen Zorn. Wenn mein ist raus, mach ich dich kalt. Du Arschloch. Mach den fertig. Hahahaha. Bäng, Alter. Kür, kür, kür. Ich dachte, jetzt heißt es. So, meine Frau. Ich bleib hier auch nochmal dran. So, meine Frau ist aus. Meine Güte. Was ist denn hier? Oh, echt? Was ist das? 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 Was gibt's hier? Glück! Also beide sind dann... Auch nicht... Ha, das ist schwer Mit deinem Schwert von Beste, dem Lachjabond den Kopf anzladen Silverschraub bringt Recht und Ordnung nach Good Neighbor Shorkman, seht euch vor! Und jetzt eine Eilmeldung Die bösartige Killerin Kendra Wurde kürzlich, Herr Braden Selbe Kendra Okay Oh 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 Ich habe Eindruck an die Worte meiner Mutter Wenn ihr Silverschroth in Aktion sehen wollt Bleibt in der Nähe von Whitechapel Charm Schraub wird ihn verhören Um raus zu bekommen, wo sich die Schurken aufhalten Ja Ich glaube ich werde ihn auch noch mal versuchen nehmen Wenn das Böse die Straßenbostensheim sucht, lauert ein Mann in den Schatten Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen Dieser Wächter ist Silverschroth Heute Die Demaskierung des Mechanisten Ach Gott Also hier Aufgehängt über eine Feuergrube Erinnern dich an unser Abenteuer gegen den Zermalmer von Chelsea Nicht wahr, Herrin? In der Tat standhafter Shroud Aber dieser missgestaltete Mörder war nur ein Mäuschen Verglichen mit der miesen Mentalität des Mechanisten Miese Mentalität, ja? Nein, Herren der Mysterien Was du als böse siehst Ist in Wahrheit Erleuchtung Nur ich, der Mechanist Verstehe wirklich das Übel der Menschheit Das Fleisch ist schwach Metall ist die Zukunft von Massachusetts Die einzige Zukunft, die du hast Ist ein langer Schlaf in einem tiefen Loch Mechanist Für mich bist du nur ein zweitklassiger Gauner Mit Größenwahn Und übrigens Mit dieser billigen Verkleidung machst du niemandem etwas vor Du bist so menschlich wie wir anderen auch Standhafter Shroud Blickigen Himmel und sieh Unser neuer Freund der Kopf des körperlosen Bots Offenbar nagt er sich Durch unsere Fesseln Hey, ihr da unten Mechanist Du möchtest ja einen Roboter Kennst du mich noch? Nein? War mir klar Das ist ja das Problem Du hast mich erschaffen Aber du hast mich nicht geliebt Du hast niemand von uns gelebt Du selbstverlitter Vollpfosten Und jetzt bezahlst du dafür Ja Ihr seid dunköpfe Alles und kalt Ich schmeiße die unruhe Stifte raus Das solltest du im Kopf behalten Die Roboter kommen näher Und uns wurden sämtliche Waffen abgenommen Also Zeit für ein Halbgebetter Kisses und Silberfrost Kostens Hey Charly Mach Platz für zahlende Gäste Sieht euch wie dieser Idiot noch entlacker Was für Plakate? Diese alten Plakate aus der Vergangenheit Mein Kumpel Kennt hängt sie überall auf Ich suche jemanden Kendra Mit Kendra ist nicht zu Spaß Die Leute mit denen sie sich abgibt Meißen gern mal ins Gras Wenn du sie treffen willst Lässt sich gegen ne kleine Gebühr was arrangieren Kannst du nicht wenigstens ein paar Dinge über sie verraten? Aufs Haus? Als Assassine muss man geschickt sein Kendra ist eine Killerin Und eine Fähige noch dazu Hör zu Der Kampfscan zeigt Du weißt worauf du dich einlässt Spar dir deine Kronkorken und gönn dir ein Lager Es ist nicht klug sich zwischen Silvershroud und die Gerechtigkeit zu stellen Gerechtigkeit? Du willst sie umlegen? Wenn das so ist Sie wohnt südlich von Good Neighbor In Water Street Apartments Achte auf die kleinen Mengel die sie dabei hat Ist ein echt zähes Miststück Viel Glück Lass dich nicht unterkriegen Mann Du sagst es ist ein zähes Miststück Hm Da muss ich doch die Kampflinter rausholen Wie schön Wie schön dass du Emmerjin gefunden hast Um das Mädchen muss man sich kümmern In Good Neighbor Magnolia? Du suchst mich? Was kann ich für dich tun? Meinst du ich könnte dich mal für einen Abend von hier entführen? Ich glaube das wäre keine so gute Idee Kann ich sonst etwas für dich tun? Was ist mit dir? Wie bist du zu dem Job als Sängerin hier gekommen? Ah, ich bin wie ein Singvogel in die Stadt gekommen Mit einem kräftigen Wind Und einem verletzten Flügel Der Laden hatte eine Bühne Ich musste singen Und Whitechapel Charlie brauchte Kunden Und so hat sich das hier ergeben Gibt es sonst noch was? Whitechapel Charlie ist schon länger hier schätze ich Er redet nicht viel über seine Vergangenheit Ich allerdings auch nicht Deshalb verstehen wir uns wohl auch so gut Du solltest ihn aber unbedingt besser kennenlernen Bestell am besten einen Drink Er redet erst übers Geschäft Wenn sein Gegenüber ein paar Gläser getrunken hat War das alles? Oder brauchst du sonst noch was? Komm schon, erzähl mir die ganze Geschichte Wer warst du vor all dem hier? Willst du es wirklich wissen? Es steckt alles in meinen Liedern Mein ganzes Ich Alles was ich bin So, kann ich sonst noch was für dich tun? Hm Nichts Ich lass dich dann mal wieder in Ruhe Du kannst jederzeit vorbeikommen Ja Oh, wer bist denn du? Ach Ja Ja Oh Du bist's Oh Du bist's Oh toll Was? Das ist ein Gammler Der ist ja nichts wehr alter Typ Wenn du durch das Tor trittst, zeig das, dass du Eier in der Hose hast Ich mach ja keine Ärger, Bruder Ich mach ja keine Ärger, Bruder Ich mach ja keine Sorge Keine Sorge Wir wollen ja keine Ärger So 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 Da ist sie Und hier war ich glaube ich noch gar nicht Ach doch Doch und da ist ja Ausgang So Hm Okay Daddy O Ja 38 Volt Wer spielt eigentlich im Vorrat nur im Nahkampf? Ich glaub das gibt's gar nicht, ne? Dass Leute nur im Nahkampf kämpfen Das ist ja auch mal interessant nur mit Nahkampf zu spielen Also Nahkampf only Jetzt hab ich nur wieder rein, das wär's ey Jetzt hab ich nur wieder rein, das wär's ey Jetzt hab ich nur wieder rein, das wär's ey Ja, das spare ich mir ja auch Ach, Mensch Ach, Mensch Das ist bescheuert Ich muss jetzt einmal um den Block, oder was? Jemand da? Ähh Ah Ich hab' da nicht vorbei Ja Was ist da unten denn los? Da Was ist da unten denn los? Lass dich verpisst, weiss Das war chillig, ey Ach Was ist da unten denn los? Ich spüre, dass uns jemand beobachtet Ich spüre, dass uns jemand beobachtet Was haben wir denn hier? Whisky, sehr gut Wir brauchen unbedingt Whisky Was ist das? So Und Strecker Ja Du ruhig Ich lebe das Hirn zermatzen Finde den Feind! Finde den Feind! Haha Du dich nur verstecken, Kletz Heißweg Wir sterben! Zerreißen Und zerfalt Du kommst Jetzt Kannst du Du Ja Ich Du 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 auch mensch was ist das wieder für eine kacke ich komme jetzt nicht wieder raus das kann es doch nicht wahr sein was ich kann nicht mal springen gar nix das ist nicht euer ernst wahrscheinlich kann ich auch nicht schnell reisen mit ponig das gibt's doch nicht ihr wollt mich doch ich bin noch vor nach vorne zurück jetzt schon wieder wenn du in die rille reinläufst dann ist es vorbei so einfach Ich bin echt enttäuscht. Meine Güte ey, was ist das für eine Scheiße? Wieso hat er denn jetzt sowas? Alter, der Hund hat sowas drin. Und nicht der Hund, der Maulwurf sogar. Das ist ja kein Hund. Das ist ja kein Hund. Was zum Teufel war das? Waffe entsichern! Oh Mann ey! Oh Mann ey! Die haben sich erwischt. Warum müssen sie sich immer wehren? Ach Mensch, wieso triffst du die Leute nicht? Das kann doch nicht wahr sein ey! Aufgepasst! Ja klar, lass uns handeln! Also manchmal ist das echt... Was? Kannst tatsächlich nichts mehr nehmen. Nicht mal ein bisschen. Das auch nicht. Du bist echt ein Witz. Bevor ich dich los bin ey. Das ist natürlich ne Krüger. Lacher. Licht. Dein Arm blutet! Es gibt nicht schlimm! Ja. Hier noch mehr. Da bist du ja. Da bist du ja. Naja. Lass mal quatschen dir. Du musst Kendra sein. Und du? Du bist die verrückte Person in dem Kostüm. Du hast Wayne Delancey umgebracht. Und du hast keinen Schimmer mit wem du's zu tun hast. Oh, ich liebe das, wenn die kleine Fliege freiwillig ins Spinnennetz fliegt. Bist du eine Killerin? Nein, ich werde für markige Sprüche bezahlt. Leg dich nicht mit uns an. Sonst werden du und deine Leute sterben. Wer ist dein Boss? Eine wandelnde Leiche wie du hat sicher andere Probleme. Loll. Lass mal einschleisch! Ehh. Was ist denn los mit dir? Wollt man ein bisschen mit den Quatschen! Kannst du dich einfach abknallen? Und jetzt? Und jetzt? Oh, Vertrag. Was ist das? Tötet Sally Tyler. Ich wollte eigentlich lesen, was da... Ach, da ist es. Sprecht mit Kent. Besorgen sich die Server. Sally Tyler. Ach ja, ich kann ja diesen Hund nicht reißen. Impuls-Mine. Wozu nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Bist du wahnsinnig, Junge? Das ist ein Impuls-Mine. Weißt du, was das heißt? Können wir uns jetzt eigentlich verpissen? Ah, wir sind wieder rappelvoll, Alter. Wie kann das sein? Wie kann das sein, ey? Ich glaube, ich nehme die Dinger einfach jetzt auseinander. Oder so oder so. Wieder rappelvoll. Ich habe doch eigentlich fast gar nichts mitgenommen. Nur die paar Flaschen da. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt echt nicht. Irgendwas stimmt echt nicht. Bluse ausziehen, ey. Ich bin wieder weg. Rascher rascher. Das kann wahrscheinlich schneller heißen. Tötet Sally Tyler. Was tut sie? Tötet Sally. Sollen wir dann die Beute aufteilen? Wahrscheinlich die ganzen Waffen. So 20. Hier ist nur der Burneter zurückgekommen. Essen haben wir natürlich ziemlich viel, das stimmt. Jetzt müssen wir hier auch mal langsam loswerden. Beispiel diese Eier hier. Und wahrscheinlich auch der Bleib. Jetzt auch. Ja. Dann. So. Mal. 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 Möchtest du ein bisschen handeln? Klar, ich schaue es mir an. Großartig. Und das schon mal nicht. Das wird gehen. Aber das war's. Auch bei dir. So. Weg, weg, weg. Weg. Reaktionsgewehr habe ich aber schon. Das heißt, ich brauche jetzt Munition, Schot, nämlich alles. Dafür kannst du die Linie haben. Das wird auch nicht klappen. Dann nehme ich noch ein Plasma, noch ein Plasma und noch ein Plasma. Jetzt passt's. Ja. 230. Gibt sich immer noch schwer. Können ja noch das Gewehr wegpacken. Ist ja eigentlich nicht zu gebrauchen. Eigentlich schon, aber... Naja. Kann man hier was essen oder? Ach, so. Darf es ja noch da. Nehmen wir mal den Affen hier. Packen den. Gucken nochmal Level. Ups. Wird mal kein Waffenfreak wieder machen. Ne. Nächstes Level erst. Auch nächstes Level. Da sind zwei Punkte. Das heißt, einen Punkt kann ich auf jeden Fall setzen. Ähm. Ähm. Wenn du mir eine zweite Punkte hast, ist der Name schon dabei? Was würde denn hier auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt? Ja, Waffenfreak. In dem Fall. Wahrscheinlich noch Wissenschaft, aber... Ich guck mal, was man hier braucht. Auf dem Modell brauchen wir wahrscheinlich noch Rüstungsmeister. Rüstungsmeister. Ja, das ist ja kein Problem. Schmied braucht man aber jetzt hier nicht. Jedenfalls sehe ich hier nichts. Und Wissenschaft. Wissenschaft und Rüstungsmeister. Wissenschaft kommt mir eigentlich ganz gelegen. Ja. Nachgucken, wenn ich das jetzt verpassen will. Rüstungsmeister. Da das natürlich in der nächsten... Mark 1. Boah, das geht bis Mark... ...6. Krass. Schmied. Aber hier kommt wieder Schmied dazu. Telsa am Schmieden. Das ist das höchste. Schmied 3. Also Schmied auch. Aber ich denke mal... Schmied... ...mache ich dann... Das ist ja nur bei Extras. Erstmal Wissenschaft. Einen Punkt kann ich auf jeden Fall vergeben. Intelligenz. 41. Wird also auch nicht gehen, wenn das war. So. Du brauchst wie man Party macht. Niemals auch. Unabhängig. Verdoppelt sich. Erhüllt sich. 3. Solange wir kommen. Das ist natürlich geil. Ja. Ja. Das brauchen wir ja nicht. Ist auch krass, ne? Das ist krass. Für mich. Gewerdet. Der Schützer. Stand so von Vorsor auf. 50% von Schaden. Infusionshalten. Doppelten Schaden. Na das wird ja was geben. Das ist auch cool. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Naja. Das ist alles eigentlich ziemlich cool. Aber. Das ist verdammt schwer sich da jetzt. Das sind alles coole Sachen. Hm. Ja. Wirkung von Dings ist. Ist jetzt vollkommen egal. Und da wir ja so viel Zeug haben, müssen wir das hier mal wegfuckern. Ja. Das zum Beispiel. So. Ah ja. Und dann. Ich will wissen, was das soll hier. Ja. Glück. Muss mir auch mal holt sein. Ja. Na komm. So. Dann suchen wir den, der uns killen will. Der ist ja dahinten. Ich weiß noch nicht, ob da noch ein Turm war. Ich bin da nicht so sicher. Ich weiß noch nicht, ob da noch ein Turm war. Ich bin mir sicher, dass wir nicht allein sind. Aber das war schon weit. Wie wärst du denn? Einmal dann mal die nicht mehr geblieben. Oh man. Wissen wir jetzt hier rein? Oh man! Noch mal! Oh man! Oh man! Oh man! Wieso eigentlich? Wissen wir hier rein? Wir teilen das alles, nicht wahr? Wieso trefft die scheiß Waffen? Was ist denn eine andere Jace? Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen! Nein, ich habe das Schieße immer noch aufgepasst. Ich glaube schon. Jetzt kann man nochmal alles einsacken. Das ist eigentlich ganz gut. Ach, da ist er. Aber wieso so? Es könnten ein paar richtig böse Leute kommen. Hier ist es nicht sicher. Ich kenne dich nicht. Geh, verschwinde einfach! Wir werden mal einfach mit dir versuchen zu reden. Und zwar auf den eleganten Stil. Ich kenne dich nicht. Geh, verschwinde einfach! Hilfe! Irgendwer! Hört ihr das Feuer! Ich kenne dich nicht. Geh, verschwinde einfach! Hilfe! Irgendwer! ah. Kochan. Bekämpft haters! Hyah, sich 탄ばutt machen. Hmm. Auftragsmorat, Belohnung? Was ich dafür kriege? Ach, ne. Die war anscheinend unschuldig. okay autosave yep ok doch schon die hat er hat jetzt nichts gesagt st brauchen das Zeug ja nicht mehr auch das Mord ist nicht doch das war der Auftrag von der Tussi ich dachte die hat mich verstanden ist da wieder Zeug drin tatsächlich cool einfach den Fresseur besuchen da habe ich sowieso eine Mütze tragen ist der Haarschnitt sowieso egal Charisma und noch was Neues nein es war nicht Bobby Nasenlos der AJ und seine Leute erledigt hat es war Silverschrug seht euch seine Visitenkarte an wenn ihr es wirklich glauben wollt es ist endlich soweit liebe Zuhörer die Gerechtigkeit kommt nach Gottneiber ihr werdet sehen noch mehr Prominenz Hancock will sich mit unserem Helden Silverschrug treffen worum es dabei auch geht sei auch der Rutschrug wir sind bei dir die Gerechtigkeit ganz schön die Gerechtigkeit was ist denn, achso das andere ist ja noch wenn du hier bleiben willst musst du dich in der crew anschließen ich habe gehört dass bobby nasenlos leute sucht, gib bei ihr immer einen haken aber sie zahlen was lässt du denn in mir hinterher? du spinnst ja wohl ich habe so ein Gefühl dass hier gleich unten geballert wird ja das ist ja gut aber wieso machst du die scheiß Tür auf? ich wäre mit Finn schon fertig geworden weißt du? ja aber die leute müssen wissen dass ich mir noch die finger schmutzig machen kann und das war ja nichts persönliches kein grund denen was wieso das denn? wieso will er denn jetzt hier ne ich kapier es nicht wieso will er denn jetzt weg nicht mehr nein kein zu foltern auch so eine Sache mein Gott was sind das für Bugs komm wenn du hierbleiben willst, musst du dich in der Crew anschließen ich hab gehört, dass Bobby nasenlos Leute sucht gib bei ihr immer einen Haken, aber sie zahlen komm halt zu Gamla schau uns die Scheiße später an netter Pip-Boll wen hast du denn umgebracht, um da ran zu kommen dich wirst du mal was unheimliches hören? im Norden ist diese alte Irrenanstalt eine neue Spielfigur in Good Neighbor hallo kleiner Bauer willkommen zu unserem lustigen Spielchen ich komm gleich zu dir rate mal was ich gehört hab irgend so ein Kostümfreak macht Good Neighbor unsicher und das beste ich bin's nicht was soll ich nur dazu sagen hab ich ne Grenze überschritten? ich weiß nicht fassen wir zusammen du hast Leute erschreckt ein paar Gesichter eingeschlagen ich respektier das bis jetzt aber ich muss dich was fragen Soter Freaks warum trägst du diesen Anzug? ist das denn wichtig? eigentlich nicht aber unter einem Haufen Idioten stichst du besonders heraus das muss man erstmal schaffen die Typen die du ausgeschaltet hast arbeiten alle für dasselbe Arschloch und dieses Arschloch will sich ganz altmodisch an dir rächen oh zu deinem Glück will ich Sinjin tot sehen er hat zwei Raider Outfits so verändert dass sie unheimlich aussehen ist ein kleiner Fisch aber wenn keiner auf ihn aufpasst was weißt du über ihn? hat ein paar Farmen dem Erdboden gleich gemacht eigene Leute und ein paar Feinde verbrannt aber davon abgesehen weiß niemand was wenn du ihn jetzt nicht erledigst ist in ein paar Jahren vielleicht eine ganze Armee nötig ich hoffe das geht das wird sich jetzt wieder wahrscheinlich lohnen bürgermeister Hancock rate mal was ich gehört habe irgend so ein hab ich nicht ich weiß nicht du hast Leute aber ich muss dich was ist das denn wichtig? eigentlich nicht die Typen die du zu deinem Glück warum erzählst du mir das? wenn ich mich da einmische ist kompliziert aber du niemand kennt dich für die Leute bist du bloß ein irrer Trashfreak und wenn du's kaufst fällt nichts auf mich zurück er wird für seine Verbrechen bezahlen vertrau mir er hat einiges auf dem Kerbholz es gibt eine Spur zu zweien seiner Leute Smiling Kate und Novi Smiley Smiley trommelt Leute zusammen um dich umzulegen und Novi hat einfach die Hosen voll und ist weggelaufen hat sich mit ein paar Typen in Prospect verschanzt erledige einfach einen nach dem anderen bis du weißt wo der Obermacker steckt wenn ich Sinjin beseitige hilft dir das auch eine gewisse Anerkennung wäre angemessen ich geb dir ein paar Kronkorken vorab im Dienst der Sache wenn du mit Sinjin fertig bist werde ich mich noch einmal erkenntlich zeigen alles klar? kann man nicht hacken kennst du Schach? manchmal muss man eine Figur opfern um das Spiel am Laufen zu halten merkt ihr das? Hi wir haben es nicht an die Spitze dieser Stadt geschafft in dem wir immer nett und fair waren ich habe eine Menge zu tun bitte entschuldige mich ich blinzel dich ja schon an aber du willst ja nicht was ist das denn jeder ist drin echt schade wegen Finn wird mir viel hm 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 To the north smile again ok hm hm dann suchen wir sie doch das war ein schönes Lied immer so Kater ei 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 ja das ist die Optionale aber das würde ich ja nicht machen Ah, geben wir erstmal die Kräule auf. Wahrnehmung. Ja, eigentlich muss alles voll sein. Das wird dauern, bis ich dann komplett irgendwie voll getankt bin. Den übelsten Level und so. Verglichen mit dem Denkmal in Washington DC ist das hier ein Witz. Haha, also echt, ey. Hier gibt es ziemlich viele Anspielungen auf Rollout. Ich bin so froh, dass... Wenn das nicht der Junge hinter dem Kostüm ist. Das war aber nicht nett, Mr. Shroud, meine Freunde mit deinen Visitenkarten so nervös zu machen. Du hast Sinchins Lieblingskämpfer umgebracht. Aber jetzt werden wir dein gottverdammtes Herz rausreißen. Ah, läuft bei dir. Das ist schade, das ist schade, ja. Jetzt. Hahaha. Die anderen sind ja nicht so schlimm. sie braucht halt ein bisschen mehr um zu sterben meistens wenn ich treffe ihr habt doch sicher alle die letzte Ausgabe der Publiker Kölzer gewesen ach bleib doch mal stehen ein paar echt gute Überhauptungen unserer unertroffene Rippen nicht schützen die möglicherweise unerkamallt uns nehmen ach trifft doch mal bitte das alles gut enttäuschend und ganz froh ich werde ich noch holen oh shit aber mal zwischen uns liebe Zuhörer du bist aber einer Schnecke du komm Alter 3 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 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 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 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 7 7 8 9 11 11 12 5 5 5 7 7 7 9 9 9 12 12 12 5 10 6 12 10 12 12 10 12 14 14 eigentlich müsste bei jedem speichern jetzt eigentlich jetzt wo ich wieder unterwegs bin autospeicher machen macht aber nicht jedenfalls nicht immer und macht er das in dem schnell speicher blöd jetzt ist er bestimmt der typ nie mal ich glaube jetzt von der anderen seite blöd da habt ihr gesagt ist nicht mehr lege das ist echt voll kacke ganz ehrlich das ist so ein bisschen blöd nachkomme ich noch mal die will bestimmt doch irgendwas oder er oder es will doch bestimmt noch irgendwas sagen 100 100 wo dass die da irgendwas nur sagen so wie die anderen eigentlich voll lustig aber wenn ich sie jetzt nicht mitbekommen ist echt voller scheiß wahnsinn in einer ganz anderen seite ist auch voll viel zeug wo ich noch nicht war da wahrscheinlich sind die das komm nach was geht da ab das ist der falsche tag mir blöde zu kommen was läuft der weg oder was kommt der jetzt ab oder was hallo ist mir egal gucken was hier ist das springmesser wird nicht dauern junge wieso trifft er nicht was denn er